So hallo und willkommen zur neuen Folge Minecraft Master Builders mit den Floh und den Tops Heute spielen wir mal Pro Modus, das heißt hier man kann die jetzt, ab Bornhof, das sehe ich auch vorst du wieder haben Okay, so, erstmal Gras das Untergrund mehr, das sehe ich auch bei mir in die Web Pro Modus, so erstmal Wohl und ich mache jetzt mal eine Straße, wie macht ihr denn, ich baue einfach so eine Scheune, wie macht ihr das? Ich mach das einfach wieder haben, ich baue einfach mal aus Ich baue einfach mal aus, ich baue einfach mal aus, ich baue einfach mal aus, ich baue einfach mal aus So, also hier ist erstmal eine Straße hier, so und dann ist es so, also weil heutzutage sind ja nur mehr Straßen, ich will jetzt kein Feldweg oder sowas bauen Jürgen, was da? Was denn? Ich habe gerade einfach alles gelöscht, was ich gebaut habe Was? Hast du ja gut gemacht, Floh Hast den Boden geändert, ich habe schon meinen Boden geändert, wo ich schon am Boden was platziert habe, verstehst du? Nachher ist alles weggelöscht Ja, das ist sowieso schon am Boden, von seinem Intelligenzquotienten her Julian hat einen Bauchnabel in seinen Nasenlaufen Ja, fünf, sechs, sieben, acht Tops, du brauchst es nicht, acht Tops, du brauchst es nicht sagen, ja? Du bist, wir wissen alle, dass du zwei Bauchnabel hast Sieben und nebel, zwei Bauchnabel, Tops oder Bauchnabel, Nebel Zugs oder Bauchnabel, Nebel, lieber ein Hebel Nebel So Aber ich habe gehört, dann gestankt hat sich verbessert, oder? Hm, Floh Oh, stimmt Ich denke nicht Ich bin echt dumm Denkst nicht? Stinkst du immer noch? Ja Einer hat mich auf der Tour gefragt, warum stinkt der Tops, haltet mich Tja, das ist die Frage, was wir uns alle seit ein paar Jahren stellt Oh, ne, das ist richtig geil Warum sagst du nicht, äh, Tops stinkt Und die Moderatorin, bevor ich antworte, hat die Moderatorin so gesagt Ja, vielleicht stinkt der ja wirklich Okay, Floh Ja, so, war das die, war das die, die ich kennengelernt habe Ja, was war die? Moment, da muss ich nur mein erstes Blöchen reden Okay, Tops Ich wollte schon, ich wollte sagen, ja, eigentlich ist nur so ein Spaß Aber die so, ja, vielleicht stinkt der ja wirklich Weißt du was, Floh? Ja, Tops Macht dich gar nicht mehr leiden Vielleicht stehen sie Ey, das war nicht meine Schuld, das war die Ja Okay, Tops So, ich kontaktier die demnächst Ja, ich kontaktier die Ja Ey, Tops, machen wir jetzt wirklich Diss-Tracks Wir haben letztens mal gesagt, wenn Dings Wollen wir das jetzt wirklich machen Denn was? Ich mach jetzt einen Diss-Track, okay? Einfüge-Werkzeug Junge, Einfüge-Werkzeug ist, ha Was zur Was denn? Der nimmt das ja von irgendwo, den Referenzpunkt Der muss, äh, so wie Wordedit Einfach, äh, link, also Nein, es ist nicht wie Wordedit Nee, doch, das ist Das Ding Nur hin verpackt Ja, bei mir hat's funktioniert Ich muss doch richtig auswählen Ich muss doch richtig auswählen Das ist schon die erste Challenge Das ist da Nee, das ist die Challenge So, Tops ist auch ne Challenge Mensch, Tops Für Tops ist Bauen schon ne Challenge Okay, äh, Dings, äh, Frage Baut du die ne Scheune? Ja, wollte ich eigentlich Aber wenn sich's ausgeht Ich bau jetzt erstmal ne Straße Und davor bau ich so ne kleine Mauer Mehr oder weniger Könnt euch ein Traktor bauern Ach, stimmt Danke für die E-Pro Ah, Traktor, ja, wieder raus Ah, Traktor Oh, da mal die Ecke Ah, Udlpattin, da auch Wie ein Traktor Ah, Udlpattin So Okay Muss ich, äh, guter Zip Bist du schon mit nem Traktor mitgefahren? Wer hat mir ne Video schaut, kennt schon die Bist du schon mit nem Traktor mitgefahren? Nein Nicht, wirklich nicht Warum nicht? Hat nicht nirgendwie deiner Mutter oder so so nen Bauernhof? Ja, aber Hättest du gesagt, du hast ne Scheune in deinem, äh, Garten Ja, aber das ist, äh, von der Stadt Aber das versteht ihr nicht, weil Was, was gibt's ja Ja, das sind doch Leute, die sprechen wahrscheinlich auch mit Tieren. Weißt du? Ist das gerade eine Anzeige an deutsches Norddeutschland oder was? Nee, ich denke schon. Die Leute, die nicht verstehen können, weil die haben wahrscheinlich so viel gepupst, dass die das mittlerweile verstehen können, weißt du? Okay, so. Hä, Tops, musst du auch so viel pupsen, dann verstehst du das auch. Nee. So. Hä, aber was ist denn schlecht mit Pupsen? Das ist ja ein natürlicher Vorgang des Körpers. Ja. Ja, oder? Nein. Easy peasy. Nein. Hä, doch! Hä! Nein, wo denn? Bitte. Wir spielen Master Breder, sie haben keinen, nein doch. Wir sind Meisterbauer. Ich bin Bob, der Baumeisterbauer. Was? Ich baue die ganzen eigentlich jetzt nur meine Scheune. Ich auch gerade. Ich baue gerade die Scheune. Tops baue auch eine Scheune. Tops wohnt in der Scheune. Insgeheim. Vielleicht mache ich das sogar. Also. Ähm. Wut, Didi, Wut, Wut. Das kann nicht weg sein. Also ich würde die ausschließen. Tops. So, wie man in letzter Folge Master Breder sie gemerkt hat. Warte mal. Ich brauche Sand rein in die Scheune. Sand rein. Sand rein. Sand rein. Ich brauche auch Sand gegessen. Tops hat Sand gegessen. Tops hat Sand gegessen, genau. Sandra. Hä? Hä? Einfach nur so. Ja, Jürgen. Eine Frau kennengelernt hat, die heißt Sandra. Und seitdem wir... Na Jürgen? Ja. Tops, Tops. Warum gibt es einen YouTuber, der Flo heißt? Äh. Warum nicht? Weil ich so geboren worden bin, hä? Ja, warum? Äh. Weil ich mich so genannt habe. Warum? Ich fand den Namen geil. Gut, du fragst. Ich fand den Namen Chaos 45 fand ich ja immer geil. Ich erinnere mich ganz komplett auf. Ich erinnere mich so. Früher, wo ich ein Kind war, habe ich gedacht, ah, ich nenne mich Chaos 45. Ah, boah. Der Kleiner, der Kleiner hier... Dingens. Ups, was willst du schon wieder? Willst du wieder aufstocken? Aufstocken? Ups, ich mach'n Dissstück, wenn du es weiter machst. Fans. So. So. Ich blüffe, aber ich blüffe nicht. Du puffst vielleicht stark. Ja, manchmal mache ich das. Manchmal habe ich das richtige Problem. Ich auch. Ja. Tops macht das manchmal, wenn wir während der Aufnahme sind. Manchmal macht Tops das so laut, dass die Soundaktivierung vom Mikrofon das erkennt. Genau, Flo. Nachher sind diese Aufnahmen. Ey, ich mach' keinen Spaß. Ich mach' keinen Spaß. Das ist gerade voll ernst geworden. So, das macht das wirklich voll. Ja, genau, Flo. Und wovon träumst du nachts? Jetzt, ähm. Davon. Anvil, und wie sieht's bei euch aus? So. Ja. Also, ich seh' super aus. Danke, deine Nachfrage. Ich muss noch ein Tor machen. Oh nein, man kann keine Itemframes benutzen. Na doch. Na nein, Tops. Doch. So, jetzt baue ich erstmal Kühe und Schweine hier rein. Also Tops eigentlich. Ah, ich hab' gar nicht. Ich sollte eigentlich nur Tiere bauen. Wie kann man Tiere bauen? Äh, NPCs? Nee, jetzt. Kannst du nicht. No, 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 no Spaß. No Spaß, meine Freunde. Hör auf damit. Oh, bitte, bitte. Sagen wir, wie man... Die Tiere müssen frei sein. Ich baue jetzt nicht meine Tiere hier einfach. Kacke. Äh, pick. Kann man das einfach hinspawnen? Hallo? Hallo? Gangster? Hallo? Achso. Spiel! Alter. Nice. Off. Okay. Hat sich das Spiel jetzt aufgefallen. Oh, meine Tiere sind... Meine... Meine Schweinchen sind richtig cute. Ich baue jetzt aber... Oh nein! Objekt, die spawnen. Hallo, hört ihr mich? Hallo, hört ihr mich? Alle bei den Schweinen sie aus wie ein Dämon. Hallo? Bei mir sieht gar keine Schweine. Hört ihr mich? Was ist Tops? Oh, mein Spiel ist gecrashed, geil. Nice. Look at me. Aschließen. Hä? Flo bei mir ist spawning keine Dings? Kann er... Ja, baue einfach welche. Er geht nicht. Das steht neu starten. Kann er auch noch mal ein Neutron? Nee. Ja, du kannst es glaube ich nachträumen, wenn er auch nicht aus ist. Es geht wirklich. Also jetzt sind sie da, jetzt sind sie da. Okay, passt. Ähm. Also jetzt sind die Itemframes da. So. Alah, der Spuck des Todes bei mir. Alles Gucci bei mir. So, easy peasy. Ich liebe mein Internet einfach. Es sind 85.133 von 85.000. Cool, danke, dass du mir das sagst. Es sind 100 Spieler mehr als eigentlich auf dem Server können. Okay, Tops. Hört sich gut an. Ey, wie schaut euch ne Kuh aus? So wie du. Ja. Das war die ernste Frage, wie schaut die euch aus? So wie du. Gefleckt, oder? Boom, Mehl. So. Jetzt überall noch Bäume hin. Ich muss noch richtig die Kuh. So, machst du Tops? Ey ne Kuh ist aber richtig schwer zu bauen eigentlich. Baust du ne Kuh? Ich habe einfach Tiere platziert. Ey meine Kuh ist ja richtig cute aus. Ich werde deine Queens. Ich mache noch ein Euter unten dran. Das ist also leicht abgebrochen das Euter. So, easy peasy. Aber ich gewinne das Safe nicht. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich das gewinne, dann was mache ich dann, Tops? Dann gehst du rüber und nach der Aufnahme wie du im Flow trittst. Dann mache ich einen Franker, Flo. Also, ne keine Ahnung. Einen Chicken müsste ich noch schnell machen. Einen Chicken, dir da? So, ich mache schnell überall Baumel hin. Saftiges grünes Baumel. So. Oh mein Gott, hier sind sie kommen, hier sind sie kommen. So, ganz schnell hier. Oh, da hinten war ich noch nicht. Ich habe verkackt. Das Tops ist geliebt. War viel zu lange. Meins ist richtig cool. Ich habe einfach das komplette Schlecht. Das ist von Tops. Ne, das ist doch nicht von Tops. Hashtag Flushink mehr? Ich kann nicht lesen? Hashtag Julian nicht riecht nach Glas? Hä? Poop. Ja, das ist Legendary. Tops ist echt gut gemacht. Ich meine, das Dach ist nicht mal da. Das ist unsichtbar. Ich report den, der das gemacht hat. Ja. Ich werde mal noch reporten. Ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Das ist verstehbar. Jetzt bist du wirklich Legendary. Als würde das jetzt gewinnen. LOL. Das sieht geil aus. Gut. Ja, aber die Scheune. Ich werde das zum Flow. Ne, warte. Ich weiß nicht ganz. Das kriegt okay. Das ist nicht mal angehängt irgendwie. Ja, er kriegt gerade noch so ein okay. Das ist ja kein Bauernhof. Ja. Es ist ein Ackerland. Deswegen. Ja. Ackerland. Ich habe doch eine Kacke gegeben. Oh, ich habe doch eine Kacke gegeben. Unsere Kacke gegeben. Unsere Kacke gegeben. Wir müssen schon Profis sein. Ja, Tom. Da ist nicht. Ja. Ja, da ist nichts hier oben. Ja. Er hat sich zu viel Mühe gegeben bei den Details. Poop. Oh nein. Ich kann. Du kannst nicht die gleiche Message sagen. Okay. Ähm. Ähm. Vor allem das kennt Bauernhof. Das ist nur eine alte. So eine Schuppen. Ja, so eine Schuppen. Also wenn Bauernhof ist erst wenn Tiere im Bild sind. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Es ist nicht bad. Aber. Er ist am Bild gekommen. Wo ist seine eigene Popel? Das ist meins. Das habe ich nie gemacht. Das ist meins. Das ist meins. Alter, wie viel hast du gebaut? Ich weiß es ist richtig gut. Ja, es ist wirklich gut. Ja, es ist wirklich mein Ansatz. No joke, joke, no. Oh lol. Wie tief. Das ist wie ein Chikus. Ach du hast sogar Häupen und so Schweine und so. Ja, ich weiß es ist cool. Oh du ist die geil fucking. Es gibt ja gut. Ich sehe nicht alle. Es sieht gar nicht so viele drinnen, gell. Boah, legendär. LoL. Aber was ist das? Der Windmüll ist auch nicht schlecht. Ah, es kriegt okay. Ja, ich hab easy gewonnen. Ja, und er kriegt ein Kacka. Da ist nichts dabei. Das ist nur eine Windmüll. Aber es ist auch kein War noch. Das ist wie wenn sie in Survival gebaut hätten. Björn hat es in Survival gebaut. Ja, in Survival habe ich es gebaut. Ich bin schnell Gmodul da gegangen und ab zu schnell gebaut. Ey, wir sind nicht viele Leute eigentlich. Drückt mal kurz Tab wie viele Leute es sind. Ja, hab ich jetzt schon gewonnen. Doch das war jetzt schon, oder? Ne, das noch. Oh, das Floh sind's. Oh, das ist richtig cute doch. Alles kriegt episch. Ah, guck dir die Seiten von meinem Bauernhofhaus an. Die hab ich nicht Mühe gegeben. Oh, loL. Er hat meine Kusch aus wie ein Panda, gell. Alles kriegt episch. Oh, ich kriege Link der hat das Floh an und so weiter. Ich kriege Link der hat das Floh an und so weiter. Ah, im Hülchen habe ich in 15 Sekunden geboren, by the way. Ist so ur ur dick und nachher komplett dünn. Ich hab in 15 Sekunden geboren. Ja, ich hab nicht Legendary das Gewonnen, easy. Ne, 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 schau. Ne, schau. Ich hab der Legendary Game. Immerhin. GG. Ja, dann will ich mal sagen. GG plus. Ja, dann würde ich mir sagen, das war's für die Folge. Lass ein Like und ein Abo da für mehr Minecraft. Meister Bilos mit dem Floh und mit dem Dobs. Meister Schwitzer. Ja, ähm, und ja. Dann lass ein Like und ein Abo da. Und tschüss. Tschau. ENDE ENDE Vielen Dank.